Ja das ist mir gerade egal, ich gehe hier weiter rum. Medusa aber nehme ich mit. Da empfinden sie sich so langsam hinschleichen und dann wegrennen. Das aktivieren wir. Wir könnten die Goldmenü auch rüsten. Ich denke das machen wir auch. Ich glaube das wäre nicht offen wenn wir das tun. Vielleicht ist es nicht offen wenn wir das tun. Einmal dadurch. Baue ein UAS... UASenposten? Du meinst Außenposten. Da ist auch ein Schreibfehler drin. Okay Spielchen das ist irgendwie jetzt nicht schön, dass du so viele Rechten hast. Also wir haben jetzt... Ich habe jetzt schon zwei Rechtschreibfehler gesehen und ich habe jetzt nur einmal darauf geachtet. Also ich werde als erstes diesen Obelisken machen. Aus aller erstes diesen Obelisken. Weil der ist schon hart. Nervig. Aber ich denke wir werden uns eh hier... Ja du hast keine Chance. Aber wir können uns hier ein Ding bauen. Unsere Leute nicht. Oben! Das ist schneller. Guck mal weil dann kann ich nicht... Ja haha vor der Nase! Vor der Nase! Nein. Hat nicht geklappt. Aber relativ vor der Nase kann ich nämlich das solch weg schnappen. Hm. Ha! Wieder vor der Nase! Ha! Wieder direkt vor der Nase! Hier zack Nexus! Dang! Peng! Guck mal! Wie ich dich verarsche! Warte mal. Wir brauchen Nahrung. Ich habe hier unten noch einen. Ah ok. Jetzt bleibt der runter. Vor dem Zinken weggeklaut hier. Ok. Das hat nicht geklappt. Aber den hier... Nein! Oh! Komm schon! Bup! Bup! Und Bup! Wir machen immer noch eine Nahrung. Aber wir haben hier unten einen. Kriegen wir das weg. Peng! Zack! Hier! Vor der... Vorm Zinken! Ich habe keine Chance! Zack! Jetzt bauen wir da oben das mal. Hier! Direkt vor der Nase! Du hast kein... Keine Chance Junge! Ja gut! Das Holz hat mich jetzt wenig interessiert. Aber hier unten ist einer... Vier! Peng! Keine Chance! Und das können wir gleich komplett aufbauen. Nice! Dann sind die Diebe weg! Das ist schon mal... Viel... 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 viel wert! Meins! Dann sind die Diebe schon mal weg. Und das machen wir auch. Dann arbeiten wir schneller. Achso! Wir aktivieren mal das Füllhorn vielleicht. Dann gibt es hier dann auch ein wenig mehr. So! Wir haben hier das Arbeiterding aktiviert. Äh... Mittelgroße Werkstatt und mittelgroße Werkstatt. Und hier! Go! Komm! So! Dass es hier mal einen Ticken vorangeht. Dann wollen wir mal da noch das Loch zumachen. Dann haben wir gerade nichts. Aber die Medusa kann da hinlaufen und den Kerl schon mal aus dem Weg räumen. Wir können hier die Nahrung holen. So! Ist das gleich fertig? Dann räumen wir hier das nochmal weg. Da! Hier! Zack! Dann würde ich gerne den Weg sofort hier weiter bauen. Ja! Werkstatt. Die Farm kommt aus nächstes dran. So! Da drüben noch den Weg einmal. Ja! Oh! Klappt doch! Und die Farmen auch noch. Dann gibt es mehr Nahrung. Au! Da brauchen wir viel Bauholz. Eieiei! Fünfzehn Bauholz. Das ist echt viel. Das bremst grad voll aus. Das bremst grad voll aus. Das bremst grad richtig aus. Oh, das hat ausgebremst. Jetzt sind wir ja durch. Ähm. Vogel. Bestimmt auch mehr Errungenschaft, wenn man die Vögel schon abschießen kann. Du schießt 100 Vögel ab. Errungenschaft. Du hast echt Langeweile, oder? Hä? Hä? Ähm. Zack. Wir bauen die Mine aus. Und drücken jetzt den Schalter. Die Mine auf 3. Jetzt kommen wir hier rüber. Die Mine hätten wir nicht ausbauen müssen. Haben wir jetzt gemacht. Joach. Hier nochmal 15 Bauholz. Das haben wir aber auch gleich. Zack. Ich find schön, dass die äh... Werkstätten so ein bisschen anderes Design haben. Auch wenn's nur ziemlich gespiegelt ausschaut. Aber die haben wenigstens Abwechslung drin. Es schaut nicht alles gleich aus. Wir könnten den Zeiger übrigens schon hochheben. Den hab ich jetzt vergessen. Aber wir sind durch. Zack. Nächstes Levelchen. Bababam. Du, den Entwicklerrekord nicht geschlagen. Aber ist nicht schlimm. Ich will auch keine Rekorde brechen. Ich will nur durch. Wir haben wieder Geister. Äh... Sammeln, sammeln, sammeln. Sammeln. Äh... Sammeln, sammeln, sammeln. Komm ich noch nicht dran. Oh, fast zeitgleich. Hm, was ist das? Arbeitsgeschwindigkeit steigern. Das wär schon nice, wenn wir den relativ bald bekommen eigentlich. Brauchen wir Gold? Ja, natürlich 6 Gold. Okay, das... Aber wir haben keine Diebe. Das ist schön, weil sonst wär das Gold schon lange hier hinten weg gewesen. Aufrüsten. Äh... Dann holen wir den Baum. Dann holen wir das hier. Gut. Schnell laufen ist mir grad nicht wichtig. Glauben wir nicht. Unbedingt. Wir haben eh grad... Platz. Oder Zeit. Werkstatt aufrüsten wär geil. Machen wir auch gleich. Mehr Holz, auch wenn hier sehr viel Holz rumliegt. Aber je mehr Holz, desto schneller können wir wieder aufrüsten. Jetzt nehm ich mal kurz schneller laufen. Geht auch erst mal noch nicht die Grube, da brauch ich nicht wieder Holz. Hier ne Farm. Okay, ne Farm wär schon... Nicht schlecht. 6 Holz, naja... 14 Holz. Mach ich das, weil ich krieg so oder so eine Nahrung mehr. Und das ist näher dran. So. Um liegt jetzt auch nur Holz rum. Wollen wir erstmal Herkules raus. Dass das denn auch klappt. Mhhh... Wir haben nicht genug Nahrung für Herkulesse hier grad. Hm. Weg. So. Können wir nicht hier oben dann weiter Tempo machen. Ich nehm schneller laufen, weil wir da oben weiter Tempo machen können. Müsste ich die farm auch glaube ich nochmal aufrüsten können. Ja. Kann ich auch nochmal. So. Ist das weg, dann tun wir noch den Baum da weg. Versteck. Versteck können wir auch bauen. Nehmen wir den Minotaurs da oben auch weg, den wir eh als erstes machen müssen. Geht noch ein bisschen Nahrung. Na ja. Haben wir jetzt schon. Da ist die Medusa wieder da. Ach das haben wir auch noch nicht aufgebaut. Ah. Ja gut. Jetzt ist es eigentlich schon fast zu spät. Na ja. Bauen wir es halt jetzt. 13 Holz. Okay. Das bremst wieder sehr stark aus. Müssen wir halt voll... Da müssen wir jetzt echt lange warten für die 13 Holz. Boah. Ist nicht schön. Kostet Zeit. Ich hätte es mit der Arbeitsgeschwindigkeit vielleicht nicht bauen sollen. Das war nicht auch teuer. Und jetzt halt außerdem darauf drücken. Upgrade. Boom. Holz weg. Aber auf jeden Fall haben wir genug Gold. Um... Es findet immer noch ein Holz. Um äh... 10 Minotaurs gleich down zu kriegen. Jetzt bitte. So. Zerberus kann auch gleich los. Können auch gleich die Brücke aufbauen. Schon wieder du. Geh weg. Ich mag keiner. So. Äh... Hoffentlich machen wir die zum Schluss platt. Ich kriege eine Nervensäge. Die brauchen wir auch wieder. Oh. Eieiei. Sind die Löcher teuer. Die sind echt teuer. Aber wir haben noch ewig Zeit. Ah, die bremsen aus. Die bremsen sehr aus. Vor allem die brauchen jetzt 18 Holz schon. Stell dir mal vor, ich würde mich jetzt einmal verklicken. Du hast es in die Farm aufrüsten. Boah. Wäre das ärgerlich. Äh, ja. Bitte. Auf jeden Fall. Weil... Kriegen wir wenigstens ein bisschen mehr Holz raus. Ein einziges Mal verklicken. Game over. Danke. Okay. Ach, können wir gleich auf den Geist gehen eigentlich. War das doch nur eine Schlucht? Wo willst du denn hin? Das hat gar nichts. Die springen in das Loch rein. Okay. Nächster Teil. Nächstes Läppelchen. Zubrücke öffnen. Zerstöre den Stein. Zweimal. Okay. Äh, widme... Demeter ein. Ressourcen wachsen schnell. Okay. Äh... Welche Richtung gehen wir zuerst? Hier hoch. Da ist ein Farm. Wobei es egal ist. Wir haben gerade sehr viele Augen noch. Und in jede Richtung. Klarung ist. Ich glaube in die Richtung. Muss nicht warm, wenn es geht gleich mal auf. Kann man hier auch gleich weitermachen. Zack, zack. Auch schon, dass wir schnell und möglich diese Goldmine bekommen. Danke. Da haben wir sie eigentlich schon. Und dann auf jeden Fall hier durch. Hier ist sehr viel Holz. Dann können wir hier wieder ziemlich aufrüsten. Äh... Verkackt. Keine Nahrung mehr. Aber hier können wir immer durchsammeln. Und hier ist halt nochmal eine Nahrungsquelle. Wirklich kaum irgendein Nahrungsproblemchen gerade. Unschön. Unschön. Gar nicht schön. Bitte. Dann gehen wir hier nicht erstmal dahin. Hol die Nahrung dann hier raus. Ähm... Dann kann ich nicht hier. Und dann kriege ich wenigstens hier noch Einkommen. Zusatzeinkommen. Auch wenn es nur zwei sind. Und wir rüsten sofort diese Farm da oben aus. Denn wie gesagt, Nahrungsproblemchen. Zack. So. Und dann kriegen wir da oben schon mal eine Nahrung mehr rein. Und hier jetzt auch wieder Nahrung. Was auch nicht schlecht ist. Oder schön ist. Äh... Ähm... Ich würde gerne die Werkstatt erst aufrüsten. Weil hier sehr viele Bäume stehen. Überweg bekommen. Und dann müsste man eigentlich dich aufrüsten können. Nein, können wir nicht. Wenn es noch ein Holz fehlt. Und ein Gold. Okay. Aber wir können jetzt ja hier... Ah, ist hier ein Gold? Müssen wir nicht alle 20 Sekunden sagen, Spielchen. Äh... Du schon wieder. Weg. Auf jeden Fall mal desaktivieren. Zack, zack. Ich hätte eher die Goldmenie aufrüsten sollen. Aber wir kriegen hier eigentlich noch ein bisschen Holz ran. Ja, wir rüsten auf jeden Fall, sobald wir das haben, die... 10, wir haben 11. Und hier brauchen wir 14. Wir nehmen das Ding als erstes. Aber da brauchen wir Gold. Schauen wir mal, was wir als erstes machen können. Oh Gott, das dauert für echt lange, wenn du da drauf warten musst. Wir könnten die auch als erstes aufrüsten. Dann machen wir das auch, weil uns fehlt nicht Gold. Uns fehlt sowieso Gold für da oben. Die Dinger sind schweineteuer. Sicherlich ist das eher aufrüsten sollen. Nee, wenn wir nicht jetzt schon die halbe Zeit verbrauchen. Gut, das ist auch nicht mehr so viel jetzt hier hinten zu tun. Nahrung haben wir eigentlich auch genug. Deswegen ist der Demeter-Tropelisk da. Wenn man sonst nicht zu Tode wartet. Oder an sich zu Tode wartet. Geht das nicht zackiger. Das wäre jetzt auch der größte Fehler, jetzt hier weiter zu machen. Das Ding zum Beispiel abzureißen. Oder hier weiter. Oh ja, oh ja. Schau mal. Ich hätte das Ding viel eher machen sollen. Oh, schau dir das Tempo an. Oh Gott. Schau mal, wie schnell das geht. Ich hätte es viel, viel eher machen sollen. Jetzt bimmelst du noch dauerhaft. Ich hätte es viel, viel eher machen sollen. Aber das weißt du halt nicht. Okay, jetzt müssen wir uns einfach echt beeilen. Sonst wird das zeittechnisch nichts mehr. So, eure Kube gleich weg. Wir haben jetzt auch genug Gold für den hier. Bist du schon wieder da? Weg. Da. Herkules. Dein Einsatz. Demeters Grazi. Dein Einsatz. Das war doof, die Goldmähne jetzt aufzurüsten. Das war echt dumm. Das hätte ich nicht machen sollen. Oh nein. Nein. Hätte ich nicht machen sollen. Verzögert sich das Loch da hinten. Komm schon. Lass es alles liegen. Weil da brauche ich nur Nahrung. Ja komm. Komm, 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 komm. Gib Gas. Gib Gas. Gib Gas. Gib Gas, Junge. Gib Gas. Gib Gas. Wie bist du wieder zurückgekommen? Boom. Geschafft. Noch vor der Zeit. Noch vor der Zeit. Okay, der ist jetzt durchs Land geschiffert. Ja, da haben wir ein bisschen verkackt, weil ich die leider aufgerissen habe. 100 Gold und Harpien. Okay. Hier sind sehr viele Harpien auf einem Fleck. Möchte ich nur mal anmerken. Hier liegt aber viel Holz rum. Ich würde gerne erst die Brücke hier machen, aber ich würde sagen, das geht nicht. Mehr Brustoffe. Das ist sehr schnell voll. Das bringt mir mehr, glaube ich, als Rennen grad. Weil es noch nicht solche weiten Strecken sind. Ah, ich muss 100 Gold sammeln. Oh ja, das ist auch böse. Wenn du es so siehst, das ist echt böse. Da muss ich wirklich die ganze Zeit zusätzliche Ressourcen aktiv haben, denke ich. Ich denke auch, das würde mir in dem Fall mehr bringen. Hallo Vizekatze. Was machst du denn? Geh weg, bitte. Geh weg. Ich will jetzt nicht schmusen. Ich muss nicht immer alles nach dir gehen. So, wir haben die Brücke ready. Ich will nämlich den Kerl hier hinten sehr schnell haben. Jeden Kerl, den wir mehr haben, desto schneller geht's auch. Nächste Goldmine bauen. Jetzt geh ich mal auf schneller laufen. Er ist zwölf Goldmünzen gesammelt. Eieieieieiei. Nicht gut. Ich seh grad nix. Geh mal weg. Danke. Alter, hier oben ist es halt böse. Ach, das ist noch aktiv. Okay. Jetzt nicht mehr. Wir könnten hier noch eine Goldmine bauen gerade. Für die Goldmine brauchen wir nur Bauholz. Okay, das ist auch gut. Und der kann hier mal, dann können wir nicht das Bauholz von hier unten alles mal holen. Dann gehen wir jetzt aber auch schneller laufen. Denn wir haben hier sehr viel Bauholz. Und das noch mit rein. Das war echt viel Bauholz auf einmal. Das sind aber schon lange Strecken jetzt. Äh, bitte. Dann können wir nicht die nächste Goldmine auch gleich aufrüsten. Ah, das war noch aktiv. Ups. Das war ein bisschen zu schnell. Hm. Dann bauen wir mal die Brücke. Jetzt geh ich ab, denke ich, nur noch auf die zusätzliche Ressource. Ja, okay. Einmal machen wir noch. Und hier haben wir noch ein Demeter. Und wir haben ja gelernt. Der Pressding, Scheißding bringt mega viel. Dass es richtig ruck zuck geht. Ja, gut. Dann werde ich auch schneller laufen bleiben. Sonst werden wir das, glaube ich, nicht schnell genug abfrühstücken können. Oh Gott, ich komm, ich bin zu langsam. Ich fühle mich zu langsam gerade. Zack. 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 Ah, da haben wir ein Tempo drauf. Zack. Zack. Aufrüsten. Zack. Schneller laufen. Gleich wieder rein. Zack. Zack. Gold. Ihr. Ihr auch gleich fertig. Da auch gleich fertig. Die Spaß da oben. Holz brauchen wir nicht mehr. Zack. 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 Schneller laufen. Oh Gott. Wie viel hier fertig wird. Wie viel Gold haben wir? Ich glaube, wir müssen es gleich haben. Wir haben es. 104 Gold. Bam. Krösus. Nächste Errungenschaft. Boah. Weiter geht's. Vorräte. Aufgabenvorräte. Ich nehme den Schlüssel. Ich nehme den Schlüssel. Boah. Was geht denn hier innen ab? Also mit Aufgabenvorräte weiß ich nicht, was er mir gerade sagen will. Ist der hier hinten oder was? Aha. Okay. Jetzt weiß ich, was er mir sagen will. Ich nehme den Schlüssel. Achilles, bitte. mira! Genau, mach. Hier brauchen wir mal ein Gold. Okay, das ist hier oben. Dann können wir das auch nochmal aufrüsten. Dann gehen wir hier drauf. Zack. Zack. Hier ist halt auch wirklich sehr zugestopft mit Vorräten. Oder allem drum und dran. Das ist keine Millimeter-freie Straße mehr hier. Äh, aufrüsten. Auf jeden Fall. Und die Brücke machen wir jetzt auch fertig. Ah ne, jetzt fehlt da was. Okay. Wir machen die Brücke nicht fertig. Aber hier machen wir das fertig. Und da machen wir das. So, hallo Mietz. Mietz hat sich gerade auf meinen Schoß gelegt. Oder auf meine Beine. Ich glaube, sie will mitspielen. Hier müssen wir auf jeden Fall Hermes-Mobilist schneller laufen. Das ist sehr gut. Äh. Seppro ist sehr gut. Da kann er hin. Einfach hinlaufen. Okay. Da kann er hin. Da kann er hin. Und da kann er hin.